Servus, seid mir gegrüßt liebe Zuschauer, hier auf DC TV, auf YouTube, Odyssey, Twitter, Telegramm und unserer Netzseite. Jibo meldet, sie kommen in Schwierigkeiten. Also, das Jahr 2022 muss mit über 100 Millionen Verlust verbucht werden. Ein Traditionsunternehmen seit 1949 natürlich mit Kaffeegeschäft, Kaffeerösterei angefangen. Irgendwann wurde es dann erweitert auf verschiedenste sogenannte Nicht-Lebensmittelprodukte. Ja, und gar Reisebüro wurden, also Reisen wurden vermittelt, Kreuzfahrten und so weiter. Das wird jetzt alles momentan ein bisschen eingedampft. Ja, was ist da los? Jibo in der Krise, Traditionsunternehmen beendet 2022 mit roten Zahlen, steckt tief in der Krise, das schlechteste Jahr seit Bestehen der Firma. Höhere Kosten und die Kaufzurückhaltung der Verbraucher haben den Handelskonzern und Kaffeeröst der 2022 im laufenden Geschäft in die roten Zahlen gedrückt. Vor einem Jahr hatte Jibo noch ein positives EBIT von 176 Millionen Euro verbucht, also der Ertrag vor Steuern. Ja, und das ist immerhin ein Umsatz, das ist ja keine kleine Butze. Das sind 3,25 Milliarden Euro und jetzt ist ein Verlust von 167 Millionen rausgekommen. Das ist jetzt bei so einem Unternehmen noch nicht, wo ich sage, ja, oder wo man sagt, okay, das war's oder irgendwas. Aber das schlechteste Ergebnis der Firmengeschichte ist jetzt auch nicht das, was ich jetzt gerade wie eine Mostransform ehrtrage. Ja, ja, und Jibo erklärt die roten Zahlen, das ist interessant, mit dramatisch gestillten Rohwaren, Energie- und Frachtkosten sowie der weltweiten Lieferkettenkrise. Gut, ja, kann man nicht abstreiten. Als weiterer Faktor wird angegeben, dass der geplante Umsatz im Handelsgeschäft abseits von Lebensmitteln aufgrund der inflationsbedingten Kaufzurückhaltung der Kunden nicht realisiert worden sei. Entsprechend höhere Lagerbestände belasten somit das Ergebnis. Da schauen wir gleich mal, ob es nur die inflationsbedingte Kaufzurückhaltung ist oder ob das vielleicht noch andere Gründe hat, ja, also Lieferketten, Ukraine, Rohstoffpreise, Konsumlust und dass der Umsatz noch besser wurde als erwartet oder stabiler blieb als erwartet, erklärt Jibo mit einer positiven Entwicklung bei Kaffee sowie im Filial- und Außerhausgeschäft. Nach Angaben des deutschen Kaffeeverbandes schnellt der Kaffeeverbrauch außer Haus in Deutschland mit dem Ende der Corona-Pandemie in die Höhe, aber allein damit kannst du da auch nicht so eine Putze irgendwie führen. Der Jibo gehört übrigens zu 100% der Holding Max Invest, in der ein Teil der Hamburger Familie Herz ihre Beteiligung gebündelt hat. Zweites Standbeiz von Max Invest ist die Mehrheitsbeteiligung am Hamburger Nivea-Hersteller und DAX-Konzern Bayerdorf, zu dem auch der Klebefilmproduzent Tesa gehört. Jetzt gehen wir mal in die große Ansicht, wenn ich denn hier mal irgendwie mal weiterkomme, das wäre dann hier. Weihnachtsgeschenk, auch dieses Jahr nicht das Weihnachtsgeschenk für das Kindermädchen vergessen. Ja, also dieses Katalogfoto ist besonders absurd. Wir haben hier eine schwarze Familie, Vater, Mutter, drei Kinder und eine weiße junge Frau, deren Daseinszweck jetzt irgendwie nicht ganz klar ist, sage ich mal. Das war am 7.12.2022 in ihrem Supermarkt. Also da, gerade letztes Jahr hat Jibo hier brutalst aufgedreht. Und hier bitte, da erkennt man sich doch dann hier ab 8.2.2023, also da sind sie auch noch richtig stramm dabei gewesen. Also ich erkenne mich da nicht wieder und ich fühle mich da auch nicht angesprochen, also ganz ehrlich, ja. Und wer mich da Rassistenzeit, ja, kann ich gerne machen, ist mir egal. Also hier, da haben wir es noch mal in bewegten Bildern. Schauen wir mal hier rein. Ich mache mal aus hier. Also hier haben sie es dann richtig übertrieben, ja. Also hier ist dann nur noch, also nicht nur noch, sondern einfach keine Weißen mehr. Gar nicht mehr, ja. Man hat das Gefühl, jede deutsche Familie besteht aus mehreren verschiedenen Hautfarbtypen. Jede deutsche Frau ist mit einem Schwarzen verheiratet und generell gibt sie eigentlich gar keine Weißen mehr, ja. Das Gefühl kommt da hoch. Also hier haben wir, ja, jetzt kommt ein bisschen, jetzt kommt ein bisschen Weiß. Und klar, auf dem Titel haben wir ja das Bild, was wir vorhin gezeigt haben. Ja, so schaut das aus in Deutschland. Ja, das war jetzt nicht ich. Und hier haben wir noch, das ist natürlich auch im Jahr 2023 vielleicht ein bisschen fragwürdig, dieses Angebot, ein Lenko-tragbarer CD, MP3-Player mit DAB und FM-Radio. Also muss man da sich dann die selbst gebrannten MP3-CDs reinlegen oder wie darf ich das verstehen? Wahrscheinlich hat er sogar einen USB-Anschluss für einen Stick oder für eine Speicherkarte oder was weiß ich. Nee, hat er nicht. DC-Buchse, Micro-USB, Kopfhöreranschluss zum Wiederaufladen, aber Micro-USB weiß ich nicht. Steht hier gar nicht. MP3-Spieler, ey, wird schon irgend sowas haben, das wäre ja zu hart. Aber er hier hat es nicht, ja. Hier haben wir den tragbaren CD-Player für 29,99. Und die gibt es auch bei Tchibo. Also, go woke, go broke. Ja, klar, die anderen Gründe, die hier angegeben werden, sind natürlich auch nachvollziehbar und auch durchaus glaubhaft. Da haben auch andere Firmen Schwierigkeiten. Auf jeden Fall, gerade im Einzelhandel und Online-Handel, ist auch nicht toll zu begehen bei Tchibo. Das ist übrigens ganz, nur mal so. Also, nur fast die Leute, irgendwelche Leute meinen, ja, Moment mal, von wann ist denn das? Ja, hier, Liefertermin Mittwoch 13.12.2023 bis Freitag 15.12.2023. Tragbarer CD-Player. Nur nochmal fürs Protokoll. Das ist kein alter Katalog aus dem Jahr 2005 oder was. Ja, und, aber es wird natürlich verschwiegen und wir können da ganz kurz mal drauf schauen, ja, wie es denn aktuell ist. Tchibo Katalog, Tchibo Online Shop, ja, wie sie jetzt dabei sind. Da haben sie schon wieder irgendwie ein bisschen angelehnt. Aber es kommen doch tatsächlich wieder mehr Weiße vor, ja. Ja, hier überall, dann schauen wir mal bei Kindern, Kategorien Kinder. Also, da, ja, hier zum Beispiel, ganz können sie es nicht lassen, aber immerhin, sie haben schon eingesehen, dass es jetzt irgendwie nicht so der Bebringer ist, weil dieser Wahnsinns-Overkill, muss man schon fast sagen, oder praktisch das Weglassen von jeglichen weißen Menschen in einem Katalog, fast, ja, zu 100 Prozent, sagen wir mal, das wird jetzt, wurde jetzt inzwischen ein bisschen wieder runtergedimmt. Die Leute wollen das nicht und es hat nichts mit Rassismus zu tun, ja, ein Mensch mit einer dunklen Hautfarbe, ja, fühlt sich von einer Werbung mit Weißen auch nicht angesprochen, ja, weil er sich dann nicht wiedererkennt und ich fühle mich bei einer Werbung, wo Menschen mit dunkler Hautfarbe sind, auch nicht angesprochen, weil ich mich da auch nicht wiedererkenne. Das, da ist, direkt kommt dann unbewusst, das ist ja gar nicht für mich, ja, also, da bin ich ja gar nicht angesprochen, das ist ja gar nichts für mich. So, das Gefühl kommt hoch und nicht, weil es irgendwelche schwarzen, weißen, gelben, grünen sind, ja, es geht einfach darum, dieses, dieses Unterstellen, dass wir hier, jeder in der deutschen Familie hat mindestens fünf schwarze Freunde, die bei Weihnachten dann auch alle da sind und so weiter, es spiegelt halt null die Realität wieder, sie machen hier eine Fake-Realität, wollen sie uns vorgaukeln und uns ein dauerndes, permanentes, schlechtes Gewissen einreden, auch damit, aber wie gesagt, die Leute, auch wenn sie sich nicht trauen, offen dagegen zuvor zu gehen, aber das kann man immer machen, einfach nicht mehr bestellen, ja, einfach nicht mehr bestellen und dann hat sich's, ja, Damenmode, ja, hier, da haben sie jetzt auch inzwischen die Models wieder eher weiße genommen, ja, hier haben wir noch, ich weiß nicht, was das soll, man kann natürlich auch mal ein dunklerhäutiges Model nehmen, das ist ja gar kein Thema, ja, aber dieser Wahnsinn, der hier passiert, der wird halt wirklich bestraft, ja, und das mit Recht, ja, also da haben wir ja Nivea hier, der, der, die Investmentputze da, die auch in Ewea Weiersdorf investiert hat, mit Regenbogenflagge auf der Nivea-Dose, ja, okay, ich kauf's halt auch nicht mehr, aber ich kauf's auf vielen anderen Gründen nicht mehr, aber ich hab mich schon danach auch orientiert, ich bin jetzt auch nicht der 150-Prozentige, der jeden kleinen Boykott mitmacht, aber ich durchaus, wenn ich dran denke und wenn ich's weiß in dem Moment, dann greife ich da nicht zu, das ist einfach so, ich nehme das nicht mehr, weil ich diese ganze Politik und diese ganze Ideologie nicht unterstützen möchte und denen nicht noch Geld dafür bezahlen möchte, dass ich dann zu Hause so ein Ding hab, mit so einem satanischen, äh, sehr, sehr, sag ich mal, zweifelhaften Symbol, ja, Regenbogenfahne mittlerweile, ja, das hat, äh, wirklich, äh, also wirklich beschmutzt worden und zwar brutals, ja, ähm, weiter will ich jetzt hier, äh, nicht, äh, ausführen, ja, sonst könnt ihr YouTube-Probleme kriegen, aber, ähm, wofür diese, 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 äh, inklusions-, superbunte Fahne steht, die auch teilweise schon abgedruckt ist, äh, kann man sich denken, ja, es sind keine Schwulen, keine Lesben und keine Transen, nur so, ja, an der Stelle. In diesem Sinn, Tchibo in der Krise, hausgemacht, zum Teil zumindest, ja, und, äh, wenn jetzt jemand kommt, ja, die haben ja wegen Kreuzfahrten und Reise, ja, das haben sie jetzt aufgegeben, die ganze Reisesparte, äh, auch da mag es Probleme gegeben haben, klar, Corona und weniger Geld, die Leute, ist alles richtig, ja, aber, ähm, das ist halt nur die halbe Wahrheit, äh, die andere Hälfte ist, dass der Umsatz auch im, im Handel zurückgeht und gerade mit Nicht-Lebensmittel, äh, Waren und, äh, da wird halt dann, ähm, ähm, verschämt, geschwiegen drüber. Ich weiß jetzt nicht, was, was, was ein Marketingchef oder ein Werbeschef von Tchibo einfällt, so einen Katalog drucken zu lassen, ja, ähm, denkt der vielleicht, äh, die Deutschen kaufen das, weil sie so ein schlechtes Gewissen haben und machen es, denken, dass sie damit irgendwas wiedergutmachen oder keine Ahnung, ne, die Zeiten sind alle vorbei mit diesem Schuldkomplex und mit diesem Wiedergutmachen, es ist alles, alles, äh, Tempi Passati, ja, das ist, das war mal, ja, das könnt ihr alles vergessen, die Leute stimmen mit den Füßen bzw. mit ihrem Kaufverhalten ab und das nicht nur bei Tchibo. Und ich sage recht so, ja, die ganze Suppe wird immer mehr zurückgedrängt, sie verlieren immer mehr an Kraft, auch weltweit, wenn ich an Bud Light, Budweiser Light denke oder an andere Firmen in Amerika, in den USA, die auch massivste Umsatzeinbrüche hatten wegen ihrer, äh, sehr, sehr trans, äh, Frau und Mann ausgerichteten Werbung, ja, da sagt sich der Durchschnittsamerikaner genauso, damit habe ich nichts zu tun, da erkenne ich mich nicht wieder, ich, äh, fühle mich da nicht, äh, irgendwie, ja, aufgefordert oder, äh, verführt dazu, dieses Bier zu kaufen, ja, äh, nee, ganz im Gegenteil, das stößt mich ab, ja, und das muss man den Leuten auch lassen, ganz einfach. In diesem Sinn, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Abo, liken, teilen, kommentieren und wenn ihr denkt, ja, der Kanal, äh, den finde ich, der hat einen Mehrwert, da tue ich mal einen Talereien, Kofi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung in der Beschreibung. Ich meine, das ist halt schon hart hier, ja, muss ich ehrlich sagen, das ist schon hart, das ist schon hart, das ist wirklich, das ist, äh, also ich sage recht so, recht so, recht so, recht so an der Stelle, ja, Seaboh!